Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTimeMMA. Conor McGregor hat wieder zugeschlagen, hat Habib Nurmagomedov beleidigt, darüber hinaus hat er einen sehr, sehr interessanten Beitrag geleistet, aufgrund dessen, weil Javante Davis und Ryan Garcia ihre gesamte Fight-Gage gegeneinander gewettet haben. Der Gewinner kriegt alles, der Verlierer geht leer aus und da hat er wirklich sehr, sehr ordentliche Worte dazu gefunden und ihm gezeigt, warum ihm das gar nicht passt und warum sich das auf jeden Fall eine falsche Richtung für alle Kampfsportler hier entwickelt. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefällt, Freunde, und schaut bei ESN vorbei, Code, um mich zu supporten, natürlich NoTime. McGregor ist ein ehemaliger unangefochtener Leichtgewichtschampion, das wissen wir, er wird zurückkommen gegen die Nummer 5 der Welt im Leichtgewicht. Michael Chandler und er hat jetzt auf einen Fan geantwortet, der ihn konfrontiert hat mit der folgenden Aussage, dass du immer noch Habib Nurmagomedov die Fight-Gage schuldest für den Kampf, als er dich gemault hat. Das ist ja ein sehr, sehr gängiges Sprichwort von Habib, wie er seine Gegner beschreibt, ja das Maulen, das Fertigmachen, das Zertrümmern während des Kampfes, das Ground and Pound und das Grappling. Und McGregor hat nur eiskalt darauf geantwortet, Habib is a fat bitch with tits now. Ja, also Habib ist eine fette Ho, die mittlerweile Brüste hat, weil er so zugenommen hat, sagt McGregor hier ganz klar und deutlich in die Richtung. Habib, er hört nicht auf, es geht immer weiter, der Beef wird auf jeden Fall nicht zwischen den beiden jemals ruhen. Das Leichtgewicht erklärte, dass bei einem Kampf allgemein viele Faktoren eine Rolle spielen, also jetzt in Bezug auf Javonte Davis und Ryan Garcia. Als das ist eine kluge Entscheidung wäre, sein ganzes Geld zu verwetten. Darüber hinaus möchte McGregor, dass die Kämpfer aufhören zu wetten, weil er weiß, dass sie es nicht durchziehen werden und er glaubt auch einfach, dass es nur bescheuert ist. Hat schon einmal ein konkurrierender Kämpfer seine Geldbörse gegen den anderen verwettet und dann durchgezogen, wir sollten damit aufhören. Kämpfen ist hart, es kann so oder so ausgehen. Das Glück spielt eine verdammt große Rolle. Sag nicht, dass sie ihre Kampfgage gegeneinander verwetten wollen, wenn es danach einfach nur Bullshit ist. Das passiert nämlich nie. Es ist einfach nur dumm. Trainiere hart, kämpfe hart, verdiene dein Geld und dann genieße es. Du kämpfst dafür, verwette nicht deine Kampfgage für so einen Quatsch. Ich verdiene wesentlich mehr als alle auf dem ganzen Roaster zusammen, also ist es nicht machbar, dass ich überhaupt meinen Teil wette. Ich könnte aber einen Teil von meiner Gage wetten, das ist aber lächerlich. Und nein, dieses Game wird, je länger man dabei ist, immer härter und härter. Ich behalte mein hart verdientes Geld für meine Liebenden und das wird sich niemals ändern und das sollten alle anderen Fighter auch genauso tun. Schreibt mir auch immer dazu in die Kommentare, was sind ihr darüber. Lasst ein Like und ein Abo da. Das wäre es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal hier bei No Time MMA.